Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, im digitalen Raum des Puppentheaters Halle. Ich bin Franziska Rattei, Spielerin aus dem Ensemble und ich hoffe, Sie alle hatten ein paar schöne Osterfeiertage und konnten vielleicht auch das ein oder andere Schoko-Ei finden. Falls nicht, dann haben wir mal wieder einen kleinen Schmankerl für Sie vorbereitet. Ab kommenden Wochenende haben Sie wieder die Gelegenheit, zwei Stücke kostenlos über unsere Website zu streamen. Eines für Kinder und eines für Erwachsene. Ab Donnerstag um 16 Uhr zeigen wir Ihnen das Fischbrötchen aus dem Leben einer Schildkröte von 2015 für Kinder ab vier. Aber kleiner Tipp, das kann man sich auch als erwachsene Person anschauen. Und ab Donnerstag um 20 Uhr haben Sie die Gelegenheit, einen wahren Puppentheater-Klassiker zu sehen. Das Geheimnis des Alten Waldes von 2003. Ja, Wald ist mal wieder tolle Stücke. Meine erste Rolle am Puppentheaterhalle war ja die des Fischbrötchens, der Schildkröte. Und ich erinnere mich total gerne immer an diese Inszenierung zurück, weil wir, also mein Kollege Nico Parisius und ich, die wir beide das Stück gespielt haben, immer so tolle, tolle, tolle Publikumsreaktionen bekommen haben. Und das eine Mal, ich glaube, das werde ich auch nie vergessen, da hatten wir das Stück zu Ende gespielt und hatten sogar eine Zugabe gegeben und es gab so feurigen Applaus. Dann sind wir irgendwann ab von der Bühne und die Kinder sind aber nicht nach Hause gegangen, nee. Die blieben dann auch im Foyer und haben gewartet mit ihren Theaterkarten, weil die unbedingt Autogramme haben wollten vom Fischbrötchen und von Emma und den ganzen Charakteren, die da in dem Stück mitgespielt haben. Und ich fand das so herrlich, da ist wirklich, das war so ein Moment, wo mein Herz geschmolzen ist. Ja, ich habe dann auch unterschrieben, aber also ich habe natürlich dann mit Fischbrötchen unterschrieben. Ich meine, wer kennt schon diese Puppenspielerin Franziska Rattei? Da muss man mit Fischbrötchen unterschreiben, natürlich. Ja, das war ja der Star des Abends. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Spaß mit diesen beiden Stücken. Ja, bis hoffentlich bald wieder im Puppentheaterhalle. Bleiben Sie gesund und liebe Grüße, Ihre Franziska Rattei. Tschüss.